Eine Kreuzfahrt. Ein Traumurlaub. Doch in dieser Nacht wird er zum Albtraum. Wer hat immer das getan, hat zuerst ihre Frau über Bord geworfen und dann das Kind. Das kann nicht sein. Sie haben doch nicht mal versucht, das Schiff anzuhalten. Kann diese Spur zur Wahrheit führen? War da ein Junge, der Timmy hieß, dem der Wehrgut? Halina! Zeig mir den Weg. Papa! Sie hätten niemals auf dieses Schiff kommen sollen. Passagier 23, morgen 20.15 Uhr.